Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftsmodelle 2019, heute auf der 2-Sterne-Hove-Map. Wie ihr seht, unsere Mission, das Getreidek abzuliefern, ist fehlgeschlagen. Wir stehen wieder hier. Wir probieren das Ganze noch einmal. Hoffen, dass ich jetzt mehr Erfolg habe, indem ich es einfach laufen lasse und hoffe, dass es funktioniert. Funktioniert auch am besten, würde ich sagen. Wir waren dabei, die Gäste abzuladen. Und diese müssen wir jetzt noch zur Mühle bringen. Das ist grundsätzlich kein Problem für uns da. Ich meine, das reicht, aber mehr als das Feld abenden können wir ja auch nicht. So, jetzt schauen wir, dass wir uns nicht wieder verfahren. Ja, da ist die Einfahrt schon. Gleich mischen wir ein bisschen auf. Ich kann nicht so streng bleiben wie mitten im Növerland. Aber wir haben hier auch mehr Leistung. Wir sind ja gleich wieder da und dann können wir mal schauen, wie lange wir den wieder behalten wollen. Bevor wir ihn dann umgeben, zurückgeben. Weil der ist ja wieder Missionsbegenstand. Aber ja, ein paar Spielstunden geht schon. Ja. Kohle bleiben wir ja auch noch. Was? Oh Gott! Wir stehen am Gebäude. Dos Eich soll nicht behalten. Aber ja. Gott, nicht aufhängen. Kommt in die Sonne noch auf. Da ist wohl noch ein paar Schicksale. Na ja. Wir gehen nur an. Ja, unser Hof ist auch gleich um die Ecke, das Ding fahren wir da erst mal hin. Und ja, Feld 17 können wir auch ernten und ziehen wir einen an oder müssen uns tatsächlich die geometrische Leiden würde ich sagen. Und dann lassen wir doch den Bulldog auch dabei stehen. So, dass wir uns dann mal her von der Felderkant von Schritt dann. Und jetzt alles stehen bleibt dann. Da ist unser Jorland, da unser Deutz, da unser Radlader, den können wir auch zurückgeben. Der hilft uns jetzt auch nicht weiter, wenn der rumsteht oder nicht. Dann schauen wir mal ins Menü. Uns gehören ein bisschen Wiesen. Schauen wir mal auf die Länderanzeige, wo uns gehört, das ist am einfachsten. Feld 17, Feld 13, Feld 7. Müssen wir denke ich mal alles ernten. Höchstes Wachstumsarium, Wachstums- oder Erntereife. Wir haben auch Unkrautbefall, sehr gut. Wie schaut's mit dem Dünger aus? Zumindest ist der voll da. Wir haben auch vollen Abzug. Also wir können auch nichts mehr ändern und Abzug. Da müssen wir jetzt durch. 7, 13, 17, Hafer und Sojabohnen. Alles mit einem Schneidwerk möglich, denke ich mal. Dann holen wir uns was schönes. Wenn wir gar nicht so lange unterwegs sind. Und zwar allein hier, gehen wir erstmal in die Garn. Ach, die Ballen müssen wir uns heimfahren noch. Das machen wir auch. Machen wir halt das schnell und dann holen wir uns an. Dann holen wir uns an. Der Mähdrescher würde ich sagen. Zerballen, Pressen auf der Mission ist auch wieder nicht möglich gewesen. Das habe ich probiert. Also Versuch macht klug. Kommen wir jetzt ein bisschen zum Schupp. Schupp, schupp, andere Richtung. War nicht schlecht. Schau, ob man da rauskommt. Heieiei. So muss man rausfahren. Dass das ein bisschen übersichtlicher wäre. Wo ich bin, wo was anderes ist. Beim dritten Mal weiß man es. Das ist aber nicht so. Ich weiß nicht, so was völlig weg, wenn das Zeug. Ohne Verkehr. 5 das war schon abgemeldet mit strohballen da wenigstens auch über 30 das wird auch platt auf unserem ofer das ist ja eigentlich richter ihren shop da war es die kinschottmann und dann sagen wir mal an ametrischen einladen das sagen wir ja jungs ihr habt euch gerade fragen ihr müsst nicht dreimal laden und 10.000 kommentare schreiben wir nehmen dann schon dir ein trallyebock natürlich michelein aber wir bleiben hier mal auf standard weil das ist nicht so breit auf der 2-Stern-Hof-Map zum mieten zurück zurück Werkzeuge und zwar dann ein Schneidwerk das erste in der Kategorie da was willst du mehr 7,60 m mieten da bräuchte man denke ich auch einen Anhänger könnten wir uns stupitzen zurück was hat denn der auch 7,60 m den Anhänger stupitzen wir uns so schlau sind wir schon wir haben keine Kohle wir müssen da einmal mehr oder weniger voranspielen auch gerade alle dann sind wir da eigentlich schon mal ausgestattet mit Strohballen Glasballen oder zumindest Heubballen das sind die silage mal verkauft durch die Asche da kann man jetzt auch da oben neu fahren das fällt da oben auch nicht schlecht aber das ist sogar unendlich he he wenn wir da schöne Einfahrt dann schauen wir mal den tun wir die abladen weil ich für meinen Kumpel einen schönen Typ bekommen da bräuchte man eigentlich ein wenig eine offene Halle wobei geradeaus da nein da dann stellen wir den ab zum abladen oder da raus da da neben da neben den Radladen der Manni da muss der Manni wieder landen das ist das Bezahlgebiet oder nebendran das schaut doch fein aus und nebendran oder ein Tier oder sogar die ist schön groß die schaut edel aus sie haben da hinten Ballen und da eine Kleinigkeit das ist ja nix das ist ja nix da na jetzt sind auch schon ein paar Heuballen denke ich da steht auch Anränge beim Feld also die Felder warten auf die Ende da bin ich mir ganz sicher naja da machen wir nochmal da da ist ja unser Hofsieder da hat unser Kartoffelhaufen da machen wir auch ein wenig Schritt gut das Stroh da ist zu weit weg wir fahren über den ganzen Hof und verteilen das überall ne da können wir die Kärmaschine auch gleich mieten was ist das fürste wie der Stall das ist auch schon mal in der Stall würd ich sagen war es mir net dann ist die eigentlich wie die gemacht ne dann gucken wir die hier runter kriegen ne das ist eine Handbremse die man anziehen kann ne dann machen wir die Äschen jetzt zur Runde dann machen wir zwei ja super wer soll denn da durchkommen huwa 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 einsteigen dann laden wir die nochmal schnell und dann war es das schon wieder für euch meine lieben Freunde ihr habt ja gesehen es kommt da Mähdrescher wir müssen die Felder ernten alle drei gleich runter oder was ich werde den auch mal deaktivieren da wo es da auch ein Glück gibt drei Stück eins saft ist das Fanmonster das ist ja gar so was wir noch nie sehen das ist ja ich könnte gleich mal raten was das für ein Zeug ist ich glaub die Bros wissen da schon bescheid vielen Dank dafür der Hammer neurosurder glaube ich Leute los den guck So, dann schauen wir mal, ob wir da nicht gerade welche wegkriegen. Ja, so ganz vergessen, dass wir ein Grad schieben müssen, ne? Nicht so schlecht hinfahren, wie die Ballen sind, quasi. Ach, die ersten ist lustig. Dann schauen wir mal rein, ob wir in unsere Halle reinkommen. Da wollen wir noch. Wir sind halt drauf. Ja, so weit will ich auch nicht ganz rausnehmen. Ja, so weit will ich auch nicht ganz rausnehmen. Wir sind hier ja schon, oder? Dann kommen wir ja dann so lieber. Gut, einige kriege ich da noch mit. Die nächsten muss ich dann wirklich mit einem nächsten Video oder alleine abladen, einladen, einlagern. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Ich freue mich auch aufs nächste Video, wenn ihr dabei seid. Jawohl, danke beim Reden und Ding wieder gleichzeitig. Kein mehr ja, ne? Wir müssen auf jeden Fall die Felder drischen, bis zu ja. Bei der nächste Folge. Ich freue mich schon mal fürs, ich bedanke mich, fürs Einschalten. Und ich freue mich nicht an den Daumen da lassen damit. Oder gleich an den Like. Oder ein Abo. Ihr wisst Bescheid, ne? Ein Kommentar wäre auch nicht schlecht. Dann könnten wir mal drüber diskutieren, was wir alles machen können. Bis dahin freue ich mich auf jeden Fall, wenn er wieder einschalten wird. Ja, wir danken mich nochmal ganz herzlich fürs Einschalten. Wenn wir den abgeladen haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jawohl. Jawohl. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.